Ardha-Vayomuktyasana ist eine Bezeichnung einer Krokodilsvariation. Wörtlich heißt Vayomuktyasana, die windbefreiende Stellung. Vayo heißt Wind, heißt aber auch Luft und sie gilt als eine Übung gegen Blähungen. Vor allem aber ist sie auch eine Übung gegen ein Übermaß von Vata. Die Stellung heißt ja auch Vata-Yanasana. Unter diesem Namen steht sie im großen illustrierten Yoga-Buch von Same Vishnu Devananda. Anu zeigt, wie es geht. Ausgangsposition für Ardha-Vayomuktyasana ist die Rückenlage mit Beinen zusammen. Von hier beuge ein Knie und fasse mit beiden Händen um das Knie und ziehe das Knie zum Brustkorb hin. Atmet aber tief mit dem Bauch ein und aus und beim Einatmen drückt der Bauch gegen den Oberschenkel und beim Ausatmen geht der Bauch wieder etwas davon weg. Das erhöht den Druck im Bauch und es gibt unterschiedliche Druckverhältnisse, dass es für die ganze Verdauung gut, nicht nur das Blähungsluft nach hinten entweicht. Diese Ardha-Vayomuktyasana ist aber auch eine gute Dehnübung für das Gesäß und macht auch die Lendenwirbelsäule lang. Deshalb diese Übung, auch genannt Ardha-Vayomuktyasana, gehört auch zum Rücken-Yoga dazu, weil es Spannungen aus dem Lendenbereich nimmt. Du kannst dann auch den Kopf heben und den Kopf zum Knie hingeben und manche empfinden diese Stellung als nochmals intensiver. Die stärkt auch etwas die Bauchmuskeln, etwas die Oberarm-Bizeps und die Vorderseite des Halses. Alle Informationen zu diesen und anderen Variationen für den unteren Rücken findest du unter der Bezeichnung Krokodil auf yogabinde-vidya.de und in der Yoga-Vidya-App. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020